Hallo meine Freunde der gepflegten Landschaft und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich würde euch jetzt nur bekannt geben, dass wir die Map gewechselt haben, dass wir jetzt ein Community Projekt, sage ich jetzt einmal, wir sind da auf der Holzer Map und ja, wir werden da wahrscheinlich mit der Community zusammen, wenn wir Spaß oder mitmachen wollen, kann man mir gerne in die Kommentare schreiben, wie wir das jetzt angehen könnten. Wir sind da jetzt damit einen FAM, Manager glaube ich heißt es oder so, dass wir ein bisschen das Startkapital haben, eingestartet und jetzt ist die Frage aller Fragen, möchtest ihr, dass wir das zusammen machen, das heißt, dass ihr mitentscheidend könnt, was wir machen etc., wir haben den oberen Hof da, mit CooHard, Schweine, Schweine Store dabei und CooHard mit CooHard, mit CooStore etc., und wir haben schon ein paar Anfangs-Vorzeuge, wir fahren jetzt einmal da auf und schauen uns dann herauf und mal an. Einziges, wie sich die Einstellung ist der automatische Motorstart. So, kommen wir da kurz, sage ich jetzt einmal. So, was ähnliches haben wir ja schon einmal gehabt, mit der Nordphysischen, glaube ich ist das gewesen. Und ja, wir haben da auch Seasons oben, jetzt ist es halt zum schauen, was wir genau machen. Ich zeige euch jetzt einmal die Anfangs-Maschinen, ich weiß selber nicht, wir spielen normalerweise immer von Null weg. Aber naja, wir schauen jetzt einmal rein. Und ich hoffe, euch gefallen die Videos, die ich jetzt produziert habe, die zwei Stück jetzt schon einmal. Und ja, wir schauen jetzt mal auf und dann schauen wir, was ansteht, was zu machen ist. Wahrscheinlich haben wir eh die Standard-Vorzeuge als Anfangs-Vorzeuge und noch dazu habt ihr wahrscheinlich noch ein paar Anbaugerede. Aber, ich werde jetzt nicht vorschlüssig irgendwas kaufen oder so. Ja klar, ich muss jetzt mal schauen, was wir für Fahrzeuge haben, ob die Miete überhaupt so passen. So geht es einmal. Weil Noteforce muss ich halt jetzt schon Fahrzeuge austauschen gegen andere. Weil zum Beispiel das Auto, das verkaufe ich ja direkt, weil das brauchen wir nicht. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Das ist ein Nachbarhof, das ist nicht meiner. Ich glaube, ich habe schon mal ein paar Videos gemacht, wenn wir auf der Holzer-Map schon mal eine Karte gehabt haben. Dann ist das Safe-Game abgestürzt. Ja. Jetzt haben wir unseren Hof angekommen. Und da Lul bekommen wir jetzt. Ach so, wir haben vergesst den Mat-Note rausgehauen. Okay. Das wird jetzt dann schwierig, sag jetzt einmal. Oder erst erstellen wir gleich einmal. Ja. Dann stellen wir gleich einmal die Lieferung an den Hof. So, was haben wir jetzt für Anfangsvorzeige? anfangs vorzeige wie gesagt wir haben so uns im klaren hof mit kuhstuhl schweinestuhl ist da auch keiner drinnen muss ich weiß ja genau das ist der schweinestuhl aber das ist nicht so meins das ist hier in der siebe arbeit aber auch egal okay beim nächsten mal müssen wir mal den mit aus sich haben wir deshalb so ja wieder zu gut wurde zu schlechter statt vorzeige 100 märz und fernkummer und reisen der jahr ist klar das ist ein betrieb da haben wir ein paar techniken dabei wenn wir aber gegen mod austauschen höchstwahrscheinlich durch sie entscheiden aber grundsätzlich werden wir zu schauen was wir machen können das heißt natürlich wenn man da oben haben nehmen wir kleiner mal den traktor ansonsten werden wir da nicht weiter reisen weg jetzt haben wir ihn angenehm gesitzen dass es hinhaut so wie das war so normalerweise gehört das voll da unten schon dazu was ich weiß ich glaube wir können jetzt gar nichts machen was ich weiß es wahrscheinlich werden wir sie sind auszuholen dass man was dass man mehr tun können ich glaube jetzt haben wir gar nichts und schausten aus wir haben wir eine urne förder oder kämpft gut dass wir keine dazwaffe oder mal das ist schon gesagt das was man groß wird und das andere ist drauf setzen schwierig Dann schauen wir in Vario 15, ob man dann mit Kaus tauschen gehen mag. Das ist der standardmäßige. Schauen wir mal. Oh, oben da hat man. 6.000 der Wärme ausgetauschen. Kaufen. Dann not weil er vom besseren Sound hat. so werden wir jetzt drauf haben gewichte genau 50% Fabrik Neuer, ich brauche nicht, Frontabwelle, ja, er hat zwar 125 PS und es gibt 15 C, aber das ist egal, dann nehmen wir Frontload Anbau, Store-Konsole, gut, dann nehmen wir da GPS mit rein, zwar ist es unrealisiert bei so einem alten Charakter, aber egal, so, dann haben wir uns jetzt schon mal gekauft und bei den anderen Sachen dürft ihr mitentscheiden, wie wir das machen, ich bin der Meinung, dass wir in Seasons Over klopfen, weil sonst haben wir echt Ewigkeiten nichts zu tun, wie zum Beispiel jetzt, jetzt können wir original nur mal schauen, wie man das angeht, wegs, ganzen Pipapo, das war's auch fast, da können wir auch gleich verkaufen, aber wir haben ja direkt Anbindung an die Stadt, auch gleich, jetzt ist halt die Frage aller fragen, was machen wir, aber wir können jetzt derzeit gar nichts tun, gucken wir wie aussahen, das können wir machen, das werden wir auch machen, als erstes platzieren wir dann können wir schnell die Wasserpippen, dann kann man bestätigen, jetzt die andere, ah, jetzt kann man den Korb wechseln, so werden ich gut, das ist cool, wenn wir das passen zu dem, dann ähm, dann kann man den Korb wechseln, dann nächstes Objekt, G, dann fahren wir auch zurück, dann werden wir auch mal rotieren, dann geht das, weil das ist dann sehr ungünstig, wenn das dann im Weg steht, sag ich jetzt mal, weil, da ist der Misthaufen, gleich eben an und an, seien wir ein bisschen Arsch, wortwörtlich, wenn wir da mit dem Randloder sind, die im Wesen, tätigen, eh packen wir zu, ja, gut, dann werden wir uns jetzt mal einen Gruber schnappen, oder ein Gewicht, ja, wie gesagt, wir haben jetzt da die Anfangsvorzeige, und es wird lustig, jetzt mit dem Mud-Mode, ob wir überhaupt auf dem Ocker fahren können, das weiß ich jetzt schon, aber das ist sehr performance-lastig, sag jetzt einmal, aber das wird auch nicht in der Grafik ziehen, so, haben wir irgendwann ein Gewicht, 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 ich das, hab ich nicht mehr, gut, wir hätten noch eine Kombination aus dem Slow Force, dann kommen wir da hin, dann kommen wir da hinzu, so, hinhauen, das ist jetzt schon, so, ja, kurz, Moment, das, so, da sind wir wieder zurück, und, ja, jetzt hab ich den Mud-Mode abgetan, weil das bringt sich nichts, hat realistischen Schlamm, das ist, das ist ziemlich anspruchsvoll, und noch dazu, wie die Geräte nicht funktionieren könnte, so, jetzt müssen wir schauen, Gs, ja, genau, dann machen wir das automatisch, dann machen wir das Spur aus, Anzeigen an, Pargumente anhalten, gut, passt, rein theoretisch, ab und zu helfen, fahren wir gut weiter, dann, B, dann sollte es hinfahren, ja, genau, ja, genau, das wurde ich, wo, 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 hat auch noch mehr, wo, 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 Ihr habt da auf jeden Fall Bock drauf und ja, würde mich freuen, wenn ein Feedback kommt zwecks dem und da werden wir schon was reißen mögen, glaube ich. Jetzt ist es so, ich fahre jetzt mit GPS und mit meinem Joystick neben drauf. Da habe ich also den Joystick gleich und meine Kneippchen halt, was ich habe. Und ja, da schauen wir jetzt, dass wir das Völk schnell umschmeißen, oder koppeln besser gesagt. Dann setzen wir da eine terpaischen Kollision. Jo, jetzt ist es halt immer ein bisschen schwierig, sage ich jetzt einmal, das Ganze alleinig zu machen. So wie ich so mit Season Mod, das ist auch so langwierig. Weil jetzt zum Beispiel ist es normalerweise die Aussaat und die Bootbearbeitung. Ich hoffe jetzt eh, sage ich jetzt einmal, das ist eh nicht das Problem. Aber langwierig, sage ich jetzt einmal. Es wächst. Wenn du was schnell machen willst oder mit der Community zusammen ist das ein bisschen angwierig. Deswegen ist es mir Überlegung, ob wir den nicht runter tun. Zwar ist dann das Realistische ein bisschen weg, weil dann kannst du ja immer ansahen und immer setzen und du hast immer was zu tun. Und so hätten wir halt ein bisschen abwechseln. Wenn du jetzt zum Beispiel halt ein Bier ansaat, dann ist halt ein bisschen warten bis es kommt. Und dann können wir erst wieder ansahen nach dem Winter. Das heißt, wir müssen den Winterdienst auch machen. Aber da weiß ich nicht. Das ist immer so eine langwierige Geschichte. Obwohl, ich bin begeistert an meinem kleinen Tag, dass es so gut hinhaut. Ich habe gedacht, der ist ein bisschen Lämmsinger. Aber der hat nur Butter. Okay. Die Betriebsperren reinhauen. Wenn ich jetzt sagen hauen. Durchsatz, äh Durchrutscher Dings haben. Motor Auslastung 42 prozent. Das geht eigentlich gut klar. Bist du jetzt mal drauf. Ich habe jetzt schon durchziehen. Das ist sehr geil gemacht. Die hätte auf und ab vorne keinen. Halten es immer ein bisschen aus. Kommt mit dir. Ja, ich hoffe, dass es euch gefällt und ja, breitet mal was in die Kommentare, zwecks der Community Special oder sowas, wie soll ich sagen, Projekt mit Community, sind wir auch schon cool, dass wir ein bisschen zusammen was tun. Wir werden uns dann auch Viecher holen. Es ist halt immer so, dass das eine Zeit dauert. Wir haben jetzt 32.000, werden wir uns jetzt aber noch nicht gut reißen mögen. So, da war es mit dem Übergeschmack. Jetzt wieder. Zack, Zack, Matt. Geht schon. Ich finde die echt cool. Das GPS nimmt so viel Arbeit ab, sag ich euch. Ich hoffe, es passt dann mit der Hintergrundmusik, weil ich kommt hier. Ich habe sie ja leise auf die Ohren waschen wie ich das herz. Und da ist halt die Frage, ob das jetzt zu laut ist oder nicht zu laut ist. Das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr Traktor-Sound hören wollt oder nicht. Ich persönlich bin der Typ, ich brauche eigentlich keine Musik im Hintergrund. Ich hoffe, euch gefällt die Musik. Ich hoffe, euch gefällt die Musik. Ihr könnt euch gerne Vorschläge bringen. Es muss halt gamefreie Musik sein. Dann steigen die Luftglocken aufs Knack. Und das ist auch nicht das Fregelte. Bauer auf der Rauf. So. Abgewicht. Gut. Ich bin also einer, ich sprüge gerne auf innen Ansicht. Ob das Außen eigentlich überhaupt nicht, außer beim Frontloader geht es nicht anders, weil du es halt einfach vorne reinschauen kannst nur. Da werden wir dann den Dünger aufbringen und dann kann er direkt ansauen. Wir schauen, wie weit das überhaupt geht es. Das müssen wir vorgewendet ja nicht ziehen. Ich habe es vergessen. Oh da. Lügen wir mal. Ich habe vorgewendet, wie wir haben die Tragen. Ich glaube, das sind wir richtig. Jetzt muss ich auf die Außenansicht wechseln. Sonst sehe ich hier nicht, weil da wird eng ist. Ich habe keine Ahnung, warum da das Fenster jetzt offen ist. Und zwar drin. Da wird auch gehört. Da ist alles drin. Und da ist ein bisschen schniediger zum Abscheizen. Gas ein. Ich mache das vorgewendet davor und nicht danach, nicht mittendrin. Aber ich habe jetzt darauf vergessen. So. 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 Ich muss immer ein bisschen auf die Vorder- äh vom Boden weg vorne gucken. So. 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 Er hat mehr herumgehofen wie alles andere, von mir Bier, aber das heißt mir das jetzt. So, wir können jetzt mal kurz schauen, vom Ton her, die Hauptstärken sind, können wir ein bisschen hochziehen, Fahrzeuge können wir auch beim hochziehen. Ja, so ist es gut, dann hat ein bisschen die Hinterkommunusik und den Traken hat man auch so geht es immer. Ja, das Absenken mache ich mir alles auf Gefühl, weil ich keinen Innenspiegel habe oder besser gesagt so einen Spiegel, da wo man hinten schauen kann, mache ich das mit den Außenspiegeln. Ich vermute, dass es immer eine gute Abschätzung ist von mir. Und, ja, ich hoffe, wie gesagt, dass euch das jetzt gefällt, dass bei der Community über das Projekt, ihr könnt euch in die Kommentare schreiben, was wir da ansehen sollen, weil das werden wir heute nicht mehr zusammenbringen und ob wir uns einen größeren Traktor kaufen sollen und den, was wir jetzt da haben, verkaufen sollen oder einen anderen verkaufen sollen, wenn wir einen größeren holen. Ich tendiere was zu den Großtraktoren, weil wenn du einen Großtraktor hast, dann kommst du schon gut rum. Ein Schandier oder was. Das hat einen Fan, dann einen 31er. Das wäre schon ein schöner Traktor, sag ich jetzt einmal, der was genug Luft hat. Ich nehme mal einen Schluck von meinem Café. Jo. Da scheint, dass ich Feedback von der GPS bekomme, dass da jetzt forts live. Das Heard-Ende kommt. Ja, wir haben auch den Wasserlacken-Mod oben, da seht ihr das jetzt links, da habe ich Wasserlacken auf dem Acker, tut es ja prinzipiell schwieriger zu durchfahren, deswegen habe ich den Mud-Mode auch overdone, oder den echten Schlamm-Mode, weil wenn da Wasserlacken ist, ist es keine Chance mehr, dass du irgendwo hinkommst. Problem. Halt, stopp, du willst ihn hin? Ja, da haben wir kurzzeitig einmal einen kompletten Ausreiz gehabt. Hm? Ja, und da haben wir schon das Thema. Genau, das ist gut. So. Oh, haben wir uns heiß geworden. Eindeutig. Ja. Ja. Dann werden wir jetzt einmal kurzzeitig da schnell eine Abschleppstange organisieren, dass wir den Hauser kriegen. das war jetzt nicht geplant, aber dann wissen wir das auch gleich im Vorhinein, dass wir bei dem Acker da immer Abschleppstange in der Nähe haben sollten. Ja. Gut, ich glaube, da Gewichte habe ich auch Gewicht nicht. Da kann man jetzt aber damit zusammenhängen, dass er hinten mehr Gewicht hat wie vorne. Ja. 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 Wenn der Regen stärker wird, müssen wir es dann besser aufhören, weil sonst verblämmet mehr. So, jetzt geht's mit der Reindau. Ja, dann machen wir das in dem Punkt einmal so. Das geht nicht sehr laut. Warum? Ich habe mir irgendwas verpasst von den Updates her. Jetzt können wir Schlamm locken. Die Nebenwirkungen sind vom echten Schlamm. Das wissen wir auch nicht. Ich würde gerne Gewicht kaufen. Warum kommen wir nicht in den Shop rein? Ja, egal. Jo. Wie gesagt, dann werden wir das Thema hier mal abhackeln. Dann lassen wir den mal steuern. Warte, dass es auf geht zum Regnen. Jo. Wir können sonst probieren, da ein bisschen auszudrucken. Dann probieren wir den Kult auszudrucken, wenn das nicht hinhaut, dann versteht das. Dann sehen wir den Kult. Dann schauen wir uns ab. Machen wir den Kult auszudrucken, wenn der Kult ist. Töthens. Das beginnt. Dann kommen wir weiter. ein bisschen Musik muss sein, muss ich sagen, oder nicht, die Musik tüfe zu, dann schütze mal auch der Spur, ist für mich das so, dass es den Sounddrakonen muss, aber eigentlich auch nicht auf die Prozesse. So, dann lassen wir das, so wenigstens, so wenigstens, so wenigstens, so wenigstens, und dann … ja, und dann probieren wir noch mal was kaufen und wenns nicht funktioniert, muss ich einfach das dann Offscreen fertig machen. Ja, meine Freunde der gepflegten Landwirtschaft, ich hoffe euch hat das kleine Video gefallen und er werde da drüben jetzt probieren, den 15er … äh 15er Benzemak gemacht haben «Osserquellen» irgendwie und probieren dann, es kriegt einen fliegenden, jetzt dran, ha ha ha, gut gemanagt. Ja, aber trotzdem, ich hoffe euch hat das Video gefallen, wie gesagt, es ist ein Community Projekt, ihr könnt mitentscheiden, was wir ansehen, zum Beispiel nächstes Mal und was wir vorzeigen, dass wir kaufen, wie gesagt, es ist ein Landwirtschaftssimulator und kein Autorace-Spiel oder so irgendwas, ihr könnt eure Meinung und eure Gedanken, was ihr habt, in die Kommentare schreiben, ihr könnt mir, wie gesagt, was ich sehe, in die Kommentare schreiben und ich hoffe euch hat das Video gefallen, lasst ein Like, ich bin Algar Rhythmus da und ja, dann ein schönes Wochenende noch und einen schönen Start in den Montag, euer ganze LP, bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.